Hallo Leute, zu Zelda The Managed Cap und weiter geht's. Das letzte Mal hatten wir hier so ein nerviges Schieberrätsel, was ich denke, ich kann uns gut hinkommen. Jetzt gehen wir weiter und verbrennen sofort. Yeah. Oh man, kaum mehr auf den Link zu brennen. So, versuchen es ein... Das war einer von denen. Waaah. Dann versuche ich mal den hier. Okay, gut. Und weiter. Okay. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ja, vielleicht. So. Okay, ja, gut ausgerüstet. So. Achso. Geht's hier weiter? Geht's blöde. Ach, quatsch. Ja, bin ich. Ja, einmal hier lang. Hier runter und... Ja, ich glaube, da, 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 da. Ah, Puh, Glück gehabt Oh Mann, das hat doch nie was Nein Ach du Scheiße Das ist mit dem wenigen Leben, die ich habe Damit viel Glück vielleicht mit einer ein Herz bringen Okay, ich glaube mal, ich habe ihn ins Wasser geschubst Auch nicht die feine englische Art, aber... Naja Ihr seid nicht besser, lasst mich So, jetzt... lasst da mal ganz viele Herzen von sein Naja, gut Okay, ein Quartal zurück Könnte ich eigentlich auch immer benutzen Vielleicht finde ich da noch ein paar Herzen Ah, okay, nein, hier geht's raus Ich will doch gar nicht raus Ach, ja, der Idealsee Na, 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 na Einmal hier rein Naja, gut, dann können wir bis wenigstens wieder kaputt machen Und sich ein bisschen Herzen erfreuen Okay Wo sind wir jetzt? Ah, ja Ich glaube, man kann die auch einfach mal brennen Gut Oh Okay Oh shit, naja, das wird nix Erster weg Und Und Komm Ah, ja Wahrscheinlich fehlt ihm nur noch ein Schlag oder so Oh shit Oh shit Komm Und ein Schlag Und weg ist er Und weg ist er Ah Komm Brenne Ach dann nicht So, dann gehen wir mal weiter So, und hier lang Ach so, ja Ach so, ja So, ja Und erledigt Ach so, ja Derhat Kinder Aber Das war hart, Menuh. Irgendwas stimmt hier nicht. Nämlich dein Octorok kommt und verschluckt das Elementar. Das war ja so klar. Ja, was soll denn? Dieses Krakengespenst hat uns das Elementar weggeschnappt. Steh nicht dumm rum. Ja. Ich brauche Herz. Tuck, tuck, tuck. Und der letzte. Ja, das dürfte reichen. So schwer ist der Bus auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das einfach mit dem Schild ablehne. Kann ich das einfach mit dem Schild ablehnen? Ach genau. Muss ich ja sogar. So, und was sagt uns das jetzt? Eine verdorerte Blume und eine Lampe. Zusammen ergibt das. Hör auf damit. Lass mich. Und es brennt, und es brennt. Und wechseln wieder aufs Schild. Komm, spucken. Oh, oh. Oh. Gut, das kann ja nicht immer klappen. Boah. Okay, 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 okay. Okay. So. Und wieder das Eis. Und wieder Feuer. Wow. So, jetzt ist er wahrscheinlich noch mit drin da. Nein. Nein. Oh, ho, ho, ho. Jesus. Fack. Okay, und jetzt wieder das Schild ausrichten Aua, aua, komm, noch einmal TAKK Nein Schieß Und er ist erledigt, super Ja Naja, Tropfen Elemental, das Tropfen Elemental enthält die Kraft der Feuchtigkeit zu spenden Okay, wow, natürlich den Herzcontainer nicht vergessen Und weg hier Außer dem blöden Tempel Wobei der jetzt nicht doof, aber... Auch nicht mein Favorit Brrr, ich dachte mir, mir friert die Nase zu Was ist das denn? Kind 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 Was du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten? Mein Name ist Gustav Gust-Gustav Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit Komm her, dann wird er sich ihren Weg öffnen Na nun, was ist das für eine Illusion? Er sagt, er sei der König von Hyrule, aber... Oh Sam, schau doch mal auf die Karte, da ist etwas markiert, also war es doch kein Traum Lass uns in der Heiligen Stätte das Elementar übertragen Okay, äh, gehen wir doch hier Na, der Recht Gehen wir erstmal da hin Warum war es denn so? Ach, ich könnte ja auch einfach... Ach, eigentlich... Ne, komm mal... Ich will gerade weiterkommen So... Ähm... Hyrule, ja So, jetzt hat er auch die Schule hier auf Oh, hallo Sam, schön dich zu sehen, danke für deinen Besuch Ja... Nein Im Stittschwert, meine ich So, und tak, tak So, wieder alle Herzen voll Hm, Mampf, ich muss schnell essen bevor die Pause vorbei ist Mampf Auf der Arme So... So, dann gehen wir jetzt noch in dieser Folge zur Heiligen Stätte Haha, das ist nicht die Heiligen Stätte, das ist ein Baum Das ist ein Gegner, das ist ein Octorok gewesen Link, was machst du denn da? Und das hasse ich jetzt wirklich wie die Pest Also, ich gehe die Wachendrücken ein Hallo Auf den Fehl des Königs darf ich hier niemanden durchlassen, also geh nach Hause Ja, wir müssen uns jetzt doch durchschleichen, ne? Ja Und wenn die uns erwischen Sag ich, hey Was soll das? Wo kommst du denn denn vorbei? So... Die Stelle hasse ich wirklich die Pest Als Link hätte ich ja einfach... Einfach alle umgelegt Wir werden das mit dem Hey gleich noch hinbekommen Ahem Weil in sowas bin ich so schlecht Was ist das? Verboten schlecht Wow Hey Ja Richtig schlecht, wie man ihn tut Ja, ich gehe nach Hause Deine Mutter geht nach Hause So Okay, vorbei Und du auch Hm, ja Ich hasse diese Stelle Ich hasse sie wirklich Ja 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 Es ist hier kein Zutritt Okay Nochmal Natürlich erwischen sie mich nicht, wenn ich versuche, ihnen hinten den Kehle abzufritzen So Geh an mir vorbei Ein Schleichlevel in Anführungszeichen Das soll das sein So Okay 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 Okay, das war jetzt äh gar nicht so scheiße, äh schlecht Oh nein Oh nein Eine Wache Was ist denn hier mit So Dann gehen wir mal hier runter Wir müssen ja den Geheimgang finden Um zu den Aber Natürlich sind Schlangen Natürlich sind Schlangen Was Auch verdammte Scheiße Sonst Ich will jetzt du Nimmst Ehhhh Okay Und da ist schon die Heilige Städte Und da Die Heilige Stätte, die nur wir sehen. Und jetzt können wir das in X-Elementare hier rein tun. Ablegen. Dun dun dun! Schön. Bitte, das Pferd. Ja, das Pferd. Nicht das Schwert. Das Pferd hat jetzt eine neue Farbe. Man kann sich jetzt in drei Teilen... Das ist toll. Das kann ich auch zeigen. Wenn man es nicht jetzt sogar mal schon machen muss. Nein. Hier. Und... Ja, ganz schön. Okay. Ähm... Ich wollte mich eh nochmal hier umsehen. Okay. Ne, da kommen wir ja noch nicht lang. Es fehlt ja immer noch das Wind-Elementar. Ach, wir machen das jetzt mit drei. Und das ist ja noch ein... Tag, Tag, und Tag, und... So, verschwinden beide. So. Und auch... Ich denke mal, hier verabschiede ich mich für heute. Äh... Sie haben den Boss aus dem vierten Tempel gesehen. Wir brauchen jetzt noch das dritte Elementar. Beziehungsweise das vierte insgesamt. das machen. Darauf den Weg gehen, begeben wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.